Warum schießt der Timo nicht? Das ist das Sicherste. Timo, ja. Der wichst ihn halt leider, da fliegt der Bulli mit ins Tamm. Jetzt 2-0 und dann kannst du schon sicher, weißt du, auf sicher machen. Der CFR spielt heute. Führer 2-1 zur Halbzeit in Freiburg. Siehst du, guck mal, wer schießt. Das Hals. Was habe ich vorhin gesagt, der Mario? Muss man doch mal.